Wir sind hier im Englischen Garten, im Nordteil des Englischen Gartens und werden gerade von einer Herde von Schafen überrannt und hoffen, dass die uns hier nicht verspeisen. Die stehen direkt vor uns, das ist ganz witzig. Okay, what do you have to say about this? Süß. Süß. No. Middle of the English Garden here, amazing, in the center of Munich. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.